Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die schon länger diskutierte sogenannte Indexierung der Familienbehilfe soll nun im österreichischen Parlament beschlossen werden. Voraussichtlich ab dem kommenden Jahr wird damit die Höhe der Familienbehilfe für Kinder, die nicht in Österreich leben, an das Preisniveau des jeweiligen Landes angepasst. Für manche von euch bedeutet das, dass ihr weniger Unterstützung des Staates von Österreich erhalten werdet. Viele namhafte Juristinnen und Juristen vertreten aber die Meinung, dass diese neue Regelung nicht mit dem europäischen Recht vereinbar ist. Auch die Europäische Kommission sieht das so. So ist somit zu rechnen, dass dagegen geklagt wird. Allerdings wird das wohl einige Zeit dauern, bis es dann gerichtliche Entscheidungen gibt. Für uns als eure Interessenvertretung ist etwas anderes viel wichtiger. Wir möchten erreichen, dass ihr auf dem Markt für eure Leistungen faire höhere Preise erzielen könnt und nicht von der Familienbehilfe abhängig seid. Das ist aber nur möglich, wenn die staatliche Förderung für die selbstständige 24-Stunden-Betreuung spürbar erhöht wird. Die meisten eurer Kundinnen und Kunden sind nämlich an der Grenze der finanziellen Belastbarkeit und können sich nur dann höhere Preise leisten, wenn sie besser vom Staat unterstützt werden. Deswegen müssen wir uns in der nächsten Zeit gemeinsam dafür einsetzen, dass es hier spürbare Fortschritte gibt. Wir versprechen euch dahingehend zu helfen und wünschen euch viel Erfolg.